Hi, willkommen bei eTrodo. Heute zeigen wir euch den Nachfolger der Samsung HWQ 995B und zwar die 995GC. Das ist die Premium Soundbar von Samsung, die HWQ 995GC. Was bekommen wir denn hier alles geliefert? Und zwar bekommen wir hier eine Soundbar, einen Subwoofer und zwei Rücklautsprecher in einem Set geliefert. Insgesamt haben wir hier sage und schreibe 22 Lautsprecher integriert. Insgesamt haben wir also ein 11.1.4 System. Und Samsung fährt hier echt groß auf, nicht nur anhand der Anschlüsse und Schnittstellen, sondern eben auch bei den unterstützten Soundformaten. Egal ob Dolby Atmos, DTS-X, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-HD, DTS-Express und DTS 5.1. Genauso wird Airplay 2 unterstützt, Direct WiFi, aber auch Bluetooth natürlich. So sind wir hier auf jeden Fall abgedeckt, was die Konnektivität angeht. Hardwareseitig haben wir hier noch weitere Anschlüsse an der Soundbar. Einmal einen optischen Audio-Eingang sowie zwei HDMI-Eingänge und noch einen dritten HDMI-Eingang als HDMI e-Arc. Hierüber wird aber der Fernseher angeschlossen. Das heißt, wenn ihr die volle Leistung der PlayStation 5 zum Beispiel ausnutzen wollt mit mehr als 60 Bildern in der Sekunde, könnt ihr diesen nicht über die Soundbar nutzen, sondern müsst die PlayStation zum Beispiel direkt an den Fernseher anschließen. Habt ihr einen Samsung-Fernseher der neuesten Generation, so könnt ihr die Soundbar aber auch direkt connecten über WiFi. Das funktioniert aber wie gesagt nur mit einem Samsung-Fernseher. Von den Leistungen her, wir haben beim Subwoofer 26 Watt, die Rücklautsprecher haben jeweils beide 19 Watt und die Soundbar hat insgesamt eine Leistungsaufnahme von 41 Watt. Wenn wir jetzt hier die Unterschiede suchen zum Vorgänger, müssen wir sagen, Ton- und Soundtechnisch haben wir hier keine Unterschiede. Wir haben hier eigentlich das exakt gleiche System. Der größte Unterschied ist einmal, dass wir jetzt hier das Mikrofon, welches verbaut ist in der Soundbar, können wir hier auch nutzen als Smartspeaker. Das heißt, Alexa, wie man schon hört, ist hier schon verbunden. Kann man also hier wirklich als Smart Hub verwenden. Das heißt, wir können hier auch dann zu Hause alles mit verbinden, auch mit dem neuesten Meta-Standard und können dann zum Beispiel auch über die Soundbar eben die Beleuchtung ändern zu Hause, insofern, was wir auch immer zu Hause miteinander verbunden haben als Smart-Geräte. Das ist also ein sehr großer Unterschied zum Vorgänger. Wir benötigen zu Hause also keinen Smartspeaker mehr, denn wir haben dann hier unser Soundsystem und können das dann direkt flexibel miteinander alles verknüpfen. Das ist ziemlich praktisch. Dann sind wir hiermit auch auf dem neuesten Standard. Alexa, spiele einen zufälligen Titel von Amazon Music. Hier ist ein Mix für dich auf Amazon Music. Ein weiterer Unterschied zum Vorgänger ist der Space Fit Sound. Das heißt, wir haben hier vorne ein Mikrofon drin, das haben wir aber im Vorgänger eben auch, welches den Raum einmal abmisst und quasi guckt, sind die Höhen zu schrill, ist der Bass zu stark oder dröhnt und dann passt er dementsprechend den Sound selbstständig an. Beim Vorgänger war das noch so, dann ist man in die App gegangen, hat den Knopf gedrückt und dann hat er das automatisch einmal eingepegelt. Dieses System macht das jetzt durchweg automatisch immer wieder, insofern man es eingestellt hat. Davon kriegt man in Anführungsstrichen nichts mit. Das pegelt er dann selbst automatisch ein mit dem Mikrofon hier vorne drin und kontrolliert dann einmal, okay, passt das vom Sound, muss ich hier vielleicht nochmal etwas nachregeln. Wir haben hier vorne noch ein kleines Display, was uns immer den Status anzeigt, auch wenn wir mit Bluetooth verbunden sind, WiFi etc. Ja, das macht es uns dann auch ganz einfach. Ja, wir können hier vorne bedienen an der Soundbar oder eben einfach die beigelegte Fernbedienung benutzen zum Lauter-Leiser-Machen. Wir können dort auch nochmal den Bass einstellen. Oder wir benutzen einfach die Smartphone-App, wo wir dort nochmal wirklich alles super leicht steuern können, ob von Lautstärke, EQ, Soundeingänge oder eben Netzwerkeinstellungen etc. Also das geht wirklich super einfach. Dann haben wir noch verschiedene Audio-Einstellungen, die können wir dann hier vorne wählen. Eben einmal Standard zum Beispiel, das heißt bei Standard. Wenn die zum Beispiel eine Stereo-Quelle haben, dann wird auch nur Stereo wirklich wiedergegeben von vorne. Dann können wir aber eben noch den Surround einstellen, das ist mein Lieblingsmodus. Dort wird es wirklich über alle Lautsprecher verteilt und erregelt das alles von selbst. Ich finde, da hört sich eigentlich alles so am besten an. Dann haben wir noch Gaming im Gaming-Bereich. Dann wird da ein bisschen die Höhen und Mitten angehoben, damit man alles so ein bisschen besser verstehen kann. Oder man kann eben alles individuell den EQ einstellen. 22 Lautsprecher haben wir insgesamt hier drin. Wie funktioniert das System generell? Wir haben hier vorne die Soundbar mit den ganzen Lautsprechern. Und aber noch links und rechts haben wir nach außen hin die Lautsprecher, sodass das dann über den Schall, über die Wände zu einem kommt. Eben aber auch nach oben die Abstrahlung. Wir werden also quasi wirklich eingelullt oder eingehüllt vom Sound. Denn wir haben, wie gesagt, die dann noch hier hinter uns stehen. Können wir natürlich so machen, wenn wir das möchten. Haben hier noch Lautsprecher drin, drei Stück. Sodass die auch in jede Richtung abstrahlen. Und das macht einen wirklich tollen Sound. Vor allem bei Filmen. Hammermäßig. Also bei Filmen. I smell you. I hear your breath. I feel your air. Where are you? Where are you? Wird man sofort reingezogen in den Film, selbst wenn man nur auf einem Smartphone guckt. Das ist wirklich klasse. Auch das Subwoofer unterstützt dann richtig, richtig gut. Also Filmen kann man gar nichts falsch machen. Man kann in der App übrigens auch noch einstellen, ob diese beiden Lautsprecher als Rücklautsprecher eingestellt sind bei einem Zuhause. Oder aber möchte man die wirklich als Stereosystem vorne nutzen, das kann man in der App dann auch nochmal einstellen. Auch Musik klingt wirklich klasse. Wenn man aber wirklich nur Musik hören möchte, dann würde ich immer nochmal auf ein normales Stereosystem wechseln. Aber nichtsdestotrotz wird man bei Musik wirklich hier zufrieden gestellt. Also wenn ihr gerade so zuhause viel Fernsehen, viele Filme guckt, aber auch hin und wieder mal Musik, ja dann geht hier eigentlich fast keinen Weg daran vorbei, weil hier wird man auf jeden Fall zufrieden gestellt. Gerade was ich mag, ist diese super leichte Bedienung am Anschließen. Es funktioniert sofort. Die App ist super geil. Wir können einfach schnell mit dem Handy uns verbinden. Auch wenn man Samsung-Geräte benutzt, ist das super einfach zum Koppeln mit einem neuen Samsung-Smartphone. Muss hier einfach nur zweimal draufklopfen und schon ist das Handy miteinander verbunden. Aber es funktioniert natürlich auch mit anderen Handys dann so normal über Bluetooth. Ganz, ganz tolle, einfache Bedienung. Das finde ich eines der großen Vorteile hier bei diesem Gerät, dass die App auch soweit sehr gut funktioniert. Und wenn ihr den Rest habt an der Soundbar, dann kommt doch gerne bei uns ja auf etrudo.de und guckt euch dort einmal um. Oder kommt einfach bei uns vorbei hier im Geschäft in Bocholt bei etrudo und dort könnt ihr die Soundbar auch einfach mal Probe hören. Oder aber ihr hört bei uns den Vorgänger, den haben wir hinter mir noch stehen. Könnt ihr euch auch mal anhören. Der ist etwas günstiger, hat aber dafür die ganze Smart Hub Integration nicht, was ich hier eigentlich ein ganz nettes Feature finde. Aufgrund dessen auch, dass hier der Matterstandard nun integriert ist und wir so da einfach zukunftssicherer sind. Aber beide Soundbars, überragender Sound, macht wirklich viel Spaß, kann ich euch empfehlen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like und abonniert den Kanal.